Millions, auf den Korner ist 28.4. Genau. Und mit dabei ist heute... Mit dabei ist heute wieder der Ole Kulle. Spend mal Likes rein. Danke für den heftigen Support. Warte kurz, Leute. Ich bin gleich wieder am Start. Warte kurz. So. Ja. Ach, der Hund hat irgendwas geschickt. Das Kissen jetzt noch drei Stunden, Digga. Let's go. Es kommt zwei keine rein, aber ja. Ich teile den Sinn. Ehre. Machen deinen Status also. Moin. Baumblow 2.0, Digga. Es geht ja nicht, da bin ich ja nicht angemeldet. Geht auf Laptop, Leute, Kommentare, bam, hier steht, baumblau, ich klicke da drauf, passiert nichts, warte chill, was ist? Wirklich? Wir gucken zwei Leute zu, hallo, wer guckt mir zu, wer guckt mir zu, es wird alles zu viel, es wird alles zu viel, Digga. Marien, bist du's? Wenn ja, dann schreib mal was in den Chat. Ja, es ist überrascht, den wir alle. Ja, das wäre echt krasse Support, weil ich mache heute bis zum Job und noch länger. Einer guckt mir zu. Ja. Ich muss kurz was trinken, chill, eine Sekunde. Guck mal in WhatsApp. Ist gar nichts. Bei mir. Stopp. Achso. Hulle, Hulle gerade eben. Ehre, Ehre. Ich hab dir verschrieben. Ehre, Ehre, Ehre. Abonniert die mal alle. Geht mal alle auf seinen Kanal, der was reingeschrieben, gerade bei Moin geschrieben hat und supportet die. Soll supporten die bitte alle. Ich geh mal eigentlich nur noch auf, auf Dings. Dann geht rüber auf Twitch. Ist egal. Hast du Bock aufs Tun? Ja, ich geh mal. Oh, okay. Ja, okay, okay. Ich geh jetzt hier mal auf YouTube, auf meinem Laptop, dann geb ich hier mal die Abruß. Ey, hier ist Werbung, ich stumm mich kurz, Leute. Da bin ich wieder. Es hat einer wieder, also, geleitet, wieder geleitet. Das ist sicher mal reden, also, keine Ahnung. Aber ist mir egal, wenn sie meinen Stream scheiße finden, sollen sie halt, der, äh, den es liken und so. Ich hab nur noch auf den Kopf angeschrieben. Hat schon da gelaufen. Na, YouTube? Gehen wir drauf. Jeder im Streamer, der kriegt jetzt einen Mord. Wird das nicht so machen. Nur die, 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 die privat sind. Okay, mach ich. Aber Marien kenne ich auch, also nicht bei ihr. Ich weiß nicht, ob es Marien ist, ich hab keine Ahnung. sein nein ich will nicht mehr nein ich will nicht mehr ziehen angucken hallo 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 weg 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 wie ich mache jetzt mod wir bauen mehr nutzer auf kanal nutzer folgen moderator hinzufügen bis jetzt oder baumblau ist jetzt ein moderator das ist dann eines an deines oder bist du jetzt drei leute gucken zu der ehre dank für den support ich hab sieben abonnenten haut mal ein abo bitte raus komm gönnt gern ein abo und raus hast korrekt das ich muss kurz herz machen groß herz fast drei likes seit sieben minuten drei likes stark sieben abonnenten ich bin krass groß mache breit oder mir habe ich drei ich habe fast alles auf dem shop auf der rechten seite der gauze im wald skin die musik die musik ist müssen so noch leise das ist das denn so zwei leute ein einer ist noch am start brust du bist gerade weg oder er kommt noch dazu marien weißt du bist schreib heute geht es durch bis um vier aber ich weiß ja ich bis vier stream sie mal bis zum shop weil sie sie ja fünf stunden ist auch zu viel immer weiter zu haben oder ich schon whatsapp nachricht bekommen nichts epic games irgendwas bei epic games habe ich gerade bekommen mein cc ist da hier jetzt habe ich noch mal Zeit bekommen vorne ich gucke gerade im stream aber ich bin gerade meine freunde und deswegen weiß ich nicht ehre marien ich küsse ein herz aber vor mir ich komme ja du bist ein Händler drin da sind alle runter da gerade wenn wir so schlau denken spring Den hackst du, komm. Schade. Das ist meine letzte Runde gewesen. Marien, kannst du was kommentieren oder nicht? So Leute, abonniert ihn gerne. Halt die Glocke draus. Und bleibt den Film. Das war's jetzt von mir. Bis morgen oder so. Ciao. Guckst du noch mal in den Stream? Ja, ja. Ehre. Ciao. Ciao. So. Jetzt geht's weiter. Ohne Olicolava. Ja, guck, Stream. Ehrenwert. Marien ist auch immer dabei. Marien, wenn du was reinschreiben könntest, könnte ich dir Mord geben. Brut, wenn du darfst, schreib mal aus dem Chat. Ich bin jetzt hier. Ohne go. Ohne go. Ohne go. Ohne go. Ist die Mucke so gut? Hmm, let's talk again Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 alles was ja immer wieder komplett wir haben ihren Brunnen ich nehme die XP sogar mit, weil ich Ehre ab äh so weiter geht's und 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 zu sehen so spielen wir ja nicht die nicht mit rechtem zu weiter geht's leider ich bin da anders los die 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 nun mal als Elektrogeräte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie hässlich. Was hässlich. Marien, bist du Mimmi? Achso, äh, das, äh, ne, Prus ist aufgegangen. Ich weiß nicht, Alter, weil er, äh, er sollte auf und damit die aus. Scheiße. Was ist das für ne Krake, Digga? Hallo auch. Kliert. Alter, bin ich behindert. Ich bin so schlecht in Vorteil, Digga. Ach du Scheiße, Digga. Das für ne Arme hier, Digga. Ne. Geht gar nicht. Der Big Bundy weg. Bundy weg, Big Mac. Geht jetzt. Neib, aber ich spür kann ja eigentlich ganz Neib. Hä? Eier, Digga. Oh, Gigi. Oh nein, bitte nicht. Das war einer wie Johnny, der hat Internetprobleme. Bro spielt nicht mal ne. Ich begeentlich. anymore ganz Neib. Na, hier. Und so einer holt mich der gerade auch, ne. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich hab noch eine Idee. So, wenn wir gucken, ob wir im Stream, können wir mal bitte einen Chat schreiben. Okay. Ist da weh? Fertig ist die G, aber. Ich kann jetzt Aufgabe fertig machen. Ey, beleidige mich nicht so hart, Fabio. Wenn ich verdient. Was hab ich gemacht? Fabio, bist du online? Wir gucken drei Leute zu. Ehre. Ja, ich weiß, alles easy, Fabio. Ich sterbe jetzt eh, Digga. Was ist heute? Oh mein Gott, Digga. Ich bin Maschine, Kappa. Komm, tanz, tanz. Ja, ja, respektiv mich. Respekt, Digga. Ehre, Mann. Mal gucken, ob Fabio auch nicht ist. Ja, natürlich. Ich zog vor, Digga. Fabio, wie heißt du da? Dann krieg ich die da hin. Hab ich denn die Aufgabe überhaupt? Naja, ein Zielfernrohr. Ja, wer ist denn auf deinem Account, weil du, bei dir steht da, Killer, GG, Fortnite, einfach nur Fortnite. Wer ist denn auf deinem Account, Fragezeichen? Ja, wer ist denn auf deinem Account? Ähre, Bruce? Musst du kurz kacken, oder was? Spaß. Warte, ich gebe Fabio auch einen Mod, weil... einer der größten Ehremänner. Also mit Bruce natürlich. So. Killer, GG, Clan. Ist ins Mod. Bruce, was machst du gerade? Hm, Aimking ist online, ja. Oh, umziehen. Ah, ja. Bruce, schon zieht sich da. Ach, ich würde die Pilau haben, Digga. Gib sie ihm einfach mal, mein Spind. Bruce, wie lange bleibst du noch offen? Deine Schwester hat nämlich in den Chat geschrieben irgendwas. Ist Bruce nicht mehr dabei, oder so. Alles schon, ist schon, ist schon, ist schon, äh... Noch zwei Stunden muss ich streamen. Alles easy. Ich stream schon seit 30 Minuten. Komm, das schaffen wir. Ach so, okay. Fabio. Kriegen wir in dem Stream wenigstens die 100 Kommentare hin. Spam mal bitte die Kommentare voll. Ich bin halt, ich bin auf shop. Vielleicht kaufen wir ja was in den Shop. Wie soll ich mich denn hier scannen, Digga? Das ist komplett ab. Zu, ab, äh, was. Das gerne kostenlose, ja, Ehre, 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 Ehre. Ja, komm, easy clap, Digga. Ich zieh dich ab. Ich zieh dich ab, du Frosch. So, du Scheiße, Digga. Deine Bock auf'n Bildfall, Digga. Ich hab' kein Metz. Komm doch auf Bildfall. Gib mir, gib mir deinen Pump, Digga. Affe. Ich bin Bananenfresser, Digga. Ich dachte, sie auch noch kommen, Digga. Jetzt eh ein Bot, den klappen wir. Bin ich ja eigentlich auch, aber... Für den hat sie reicht. Ehre, Bruce? Er sagt sogar zu mir ein nice kill, Digga. Uff. Uff. Okay, jetzt nebbar, oder? Ah, buf. Da hinten war nur ein Gegner. Ich hab' den gesehen. Also jetzt nicht falsch liegen, dass ich nicht auf den anderen schießen wollte. Da hinten war nur ein Gegner. Ich lauf' jetzt hier rum, Digga. Digga. Der holt mich. Der holt mich. Ich wusste es. Komm, den anderen holst du. Ja, ja, komm. Ja. Gut, Gauneren, Digga. Ich beantworte alle Fragen. Für meine PS4 sind Staubsauger, Alter. Ehre. Ehre? Ich glaube, ich schaff' äh... Keine 10 Like. Äh, keine 10 Abonnenten. Wie viele haben wir jetzt? Bis jetzt haben wir... 7, oder? Haben wir 7? So. So. Bruce, kannst du mal in die Kommentare schreiben, wie viele Abonnenten wir gerade haben. Wenn ja, 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 ich glaub' an mich. Auf TikTok kann ich ja schon die 6 fahren, aber... What the fuck? Ich hab' mich grad' voll erschrocken, Digga. Oh. 4 gucken zu, Digga. Ehre. Ehre, 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 Ehre. Einfach nur Ehre. Lass' mir Musik mal öffnen, wir machen jetzt mal neu an. So. Äh, ich hab' keine Anfrage bekommen von dem Account, oder? Ist es der? Ich nehm' einfach jede Anfrage an. Also, falls ihr nicht zocken darf, ich stream' bis im Shop. Alles easy. Zum Beispiel du, Bruce. Kannst gerne bis im Stream, äh, bis zum Anschau kommen. Ich dachte, ich hätt' schon mal einen Tanz rausgeholt. Ja, ich stream' ein bisschen mein Job. Oh, Alter. Die Pomp. Hey, wie... Wie, vielleicht streamt er morgen mit. Oder meinst du wieder? Ich hab' nichts gesagt, aber... ich kann nicht und hier ist da wenn wir sind da mich würde ich gleich wieder alles sehen ich will wenn ich die beiden darin nehme ich fühle mich immer wie früher ja ich hatte ich hatte zwei abweg glaube ich jetzt geht's kleinen thema alle gg in den chat danke Ehregruß, danke für den Support. Den Kohl kann ich ja auffressen, ja, den kann ich essen. Ja, alles gut, froh. Mach mal so. Ich führe Fische mitnehmen. Genau, immer die Pockungsbeilage lesen. Ja, alles easy. Ehregruß. Ich schwöre, ich werde dir da noch was Krönchen geben, Digga. Wenn es noch was Größeres als Mod geben würde. Ich würde dir so die Krone geben, Digga. Nee, das alte Haus ist wieder da. Ich schwöre, ich bin da immer gelandet früher. Groß kann sich auch noch an solche Häuser erinnern. Immer solche Häuser abliegen. Ich bin da immer gelandet. Immer. Ich bin auf YouTube, du auf Twitch. Und dann, ja, dann ist... Ja, okay, so machen wir's bloß. Lenni hat, also YouTube Lenni hat immer einen Tipp gegeben, oder? Ich gucke jetzt nach, bestimmt. Da oben drin sein... Nee, irgendwo in dem Haus hier seine mitsche Chester. Chester, Digga. Sieht auch? Nee. Da muss sie oben sein. So heißt es auf Twitch? Puls? Nee, stimmt doch nicht. Aber hier ist meistens der mitsche Chester eigentlich. Ja, Alter, Digga. Eingepackt. Ich lass sie einfach liegen. Ja, oder 15, 30, 60. Ich bin noch Schild nehmen. Alles gut. Hier läuft das neu. Und das ist so. Nein, ich bin Chester. Ich bin guck dran. Aber ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier rein. Ich bin hier drin. Du gehst hier in meinem Handy. Du gehst hier in meinem Handy. Es wird auch mal mal. Du gehst hier beim Handy. Herr Poos, verstehen Sie mich nicht? Oh, der war so nimmer halt. Der ist Stufe 90, der war ganz schön weg, ganz schnell weg, Digga. Ich lass mich nur über Wasser alles in sich. Du kannst auch anders weg. Boah, der ich push dich wieder. Ja, okay, alles easy boost. Ja, warum fragst du deine Farbe an den Chat? Versteh ich irgendwie nicht. 30 Kommentare, das ist auch schon neuer Rekord, Digga. 4 Likes auf den Stream. Ehre. Teilt den Stream gern mit euren Freunden. Ich würde mich sehr supporten. Okay, Puss. Komm her, Digga. Oh, scheiß kein Glück. Okay. Nice. So, das machen wir so. Dann nehmen wir das mit. Und ja, jetzt sind wir wieder am Start, Leute. Was geht ab zu Welt? Warum trinken wir das hier? Schlucken wir das Quatsch. Tschugi Tschugi ist am Start. Und Gold in Auge. Stark, Leute. Engst jetzt nicht ... Okay. And ihr fertig. Wo habt ihr? er fliegt durch die lüfte ja alles in die brust noch zwei stunden da alles in alles in die ich bin noch halber ich muss gleich mal ich trinke jetzt kurz kohle wie er so geht so weit weg oder was dann muss dann holl rein bis morgen schlafen Ist das so schön? No problem. Ja, ist das wahr. Ich bin tot. Ja, was machst du jetzt? Guckst du TikTok? Oder guckst du meinen Stream? Also guck mal, als du guckst, meinen Stream. Ehre. Schon vier, äh, vier Daumen nach oben. Ehre, Leute. Ich mache kurz 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 öffentlich. Ah, ist schon öffentlich, Digga. Warum joint er mir nicht? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, ja. Oh, was ist das? Was? Was ist das? Oh, 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 oh. So, ich habe es nicht auf eine Seite. ich bin dumm hallo hallo ja ok ich streue aber gerade ja also keine beleidigungen oder so dankeschön ja ok 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 dankeschön wenn es jetzt weg geht wo ist denn hier eine mit Augen hallo hallo ja ok antwortet einfach mit hallo 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 so hallo k mit also ja aber man machst du selbst im stream das ding nicht zusammen die ganze china ich kann mich viel besser konzentrieren er muss dann für den support Was macht er? Ist er dumm? Geh jetzt nach Hause, Digger. Ja, mich killt so ein Bot. Digger. Ja, hau rein, Brust. Was ist so los, Digger? Warum sind die Bots drin? Ich komme raus. Bei mir leben noch vier Leute. Ja, ich bin dort. Ich bin ein Team. Ciao, Brust, hau rein. Schlaf gut. Ich komme gleich wieder, wenn es okay ist, ja? Leute, ich bin gleich wieder da. Ich bin ja, ich bin ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht. Ich guck dir mal zu an. Können wir machen, gerne. Ich spielst du auf PC? Dann weiß ich, wer du bist. Okay, ist vier. Ah, ja stimmt, stimmt. Ich kenne dich auch noch. Hey, ich will hier mal in Zukunft. Wie viel Vibachs hast du gerade? 600. Ich habe 3.000. Ich durfte mir heute aufladen. Ich habe einfach 20 Euro PCM bekommen. Ohne Grund. Ich schwöre, das ist so geil, oder? Ich kann mir jetzt alles kaufen. Mach ich aber nicht. Ja, oder ein geiler Scan. Hätte ich auch mal wieder Bock auf einen geilen Scan. Also streamen soll mit so ein bisschen shop. Ja, ich bin jetzt mal ein paar Leute aus dem Setzen. Und einer ist dort. Stell schon mal creative rein. Geht gar nicht. Und einer noch. Das war der letzte. Ja, morgen fehlt noch einer. Komm, schaffst du? Easy. Ich glaube nicht. Seid ihr zu viert? Ja. Gegen einen. Ja. Jetzt kommt so ein Mund gerade. Ich hab heute eingespielt. Dann bist du bei mir. Hast du keinen Bock auf den? Nee, das sind zwei Mädchen. Mensch, was? Ich bin so ein Blot. Ach du Scheiße. Also wie kann man dann noch mit der Zocken, Digga? Ich schwör, ich hasse diesen Bock bei den Skins, dass sie nicht laden. Weil die sind so verpackt, Digga. Wo ist der? Digga, der kennt irgendwas. Das Kindspiel mir. Guck, den hab ich mal Bock. Habe ich den auf zweiter Variante? Ja, schon fünf oder sechs. Ich hab heute um zehn Minuten oder so. Nein. Ohne ein Mädchen, wo schlecht, ne? Ohne mich hätten wir... Wir haben jetzt hier drunter ein Schieb-Sieb geholt. Ja. Und durchgehend 15 Kölz ohne mich hätten wir es ganz klar, weil die die ganze Zeit gestorben sind. Das sind Mädchen, das musst du verstehen. Ja. Ich bin auch nicht so gut. Geh mich auch nicht zu. Die eine sagt noch, was ich schlecht bin. Ohne mich hätten wir es nie geschafft. War das dein Ex? Ne, die haben es ja. Okay. Sind noch zwei Leute da? Also ich hab sieben Abonnenten, das muss man verstehen. Nicht so? Aktueller Zuschauer, einer. Ja. Warum verlassen alle? Ja. Ich kann ja nichts dafür, dass ich so scheiße streame. Ja. Ja. Ich hab das angefangen mit YouTube. Hast du auch mit streamen angefangen? Ja. Okay. Nice. Wie heißt er auf YouTube? Wie heißt er auf YouTube? Was? Wie heißt er auf YouTube? Okay. Okay. Wo ist er? Okay. So gut kann man noch ganz kennen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wieder so einer mit einem Power Cube Digga. Ja. Ich bin voll auf Brausers. Ich hab vorhin Brausers gepusht. Ich hab schon lange gestorben. Bisschen Storben. Das ist so... Das ist so... Das ist so... Das ist so niedrig. Das ist so niedrig. Das ist so niedrig. Und der... Dein Teammate? Das ist so niedrig. Das ist so niedrig. Das ist so niedrig. Nein. Ja. Komm her. Komm her. Ja. Ja. Ich treffe uns. Ich brauchst die nur vor denen. Ich schütze die Pump und treffe die nicht. BOTs Digga. Ah ja. Easy. Warte mal. Drück bereit. Ich fördere uns in Grae. Nee, du musst gar nicht rauskommen. Na, schon im Viertel sind Viertel 1. Alles Easy Digga. Ich fühl mich fühlt sich so an wie um 12. Das ist also. So. So. Ich geh mal mit den Spielen. Okay. Okay. Ich bin zu 7er Spieler. Hm? Die? Ich bin zu 2. 2. 2. Waren wir mit anderen oder alleine? Alleine. Ne, ich wollte gerade wieder Banner zu nehmen. Hm. Hast du wirklich ein OG oder D gekauft? OG. Ich finde scheiße, dass man aber keine OG Variante dafür kriegt. Okay. Welcher Pony ist OG? Tanze mal. Der ist OG. Ja. Den anderen habe ich nicht. Die anderen kriegt man ja nur, wenn man noch dazu die Salz hat. Aber schon der OG von ihrer Jobs. Ähm, nein. Der OG, das ist... Warte. Keine Ahnung, aber äh, Dingsler, äh, der, das ist mit so'n Lama vorne dran. Ja. Ja, den hat man... Das klingt man ja auch, wenn man noch dazu die Welt anknappt. Nein. Nicht? Den hat man zu 2 bekommen, wenn man den Emote hatte und der kam ja bei Rette die Welt rein, da hat man den einen komischen, den Hesling bekommen, den wir gerade getanzt haben. Und dann hat die OGs haben so eine OG Variante halt bekommen. So uneingespielt. Ich bin grad so lost, Digga. Ich schaff' keinen Ende. Ich bin so scheiße. Ich auch nicht. Was ist das? Ich hab' besser gesagt Fabio. Ach so! Fabio, Digga! Ich geh' ab, Rudi. Ja. Wir konnten grad so wie gesagt, dass wir mal hier fahren und anders. Ja, ja. Ich komm' auch mal rein. Komm's nachher nochmal auf deinem? Vielleicht. Du schubert grad mein Stream, Digga! Ich bin grad der schlechteste Spieler der Welt, Digga! Fabio, eigentlich bin ich ja gut, oder? Ja. Aber du musst, du musst jetzt mal meinen Aim angucken, Digga! Ich spiel' wie Hagebutton Aim, Digga! Ich muss so oder so kurz nochmal in die Lobby, weil ich falschen Streamer hab. Jetzt werden wir mit Black Knight flexen, Digga! Es ist noch nie mal deine, aber... Ich lass' dich flexen. Ich hab' kaum... Nimm Royale Ritterin mit Schwarzer Ritter, Schild und Axe Calibur, Digga! Kannst du mir sagen, was du willst? Nein! Du bist nicht verraschen, ich wollte grad die Kombo nehmen! Ja, irre! Ich weiß! Ich hab' die Kombo früher mal gespielt! Royale Ritterin und da! Royale Ritterinnen und da! Ich hab' die Kombo früher mal gespielt! Royale Ritterin und da! Aber der... Aber die Tickel-Sägezahne ist auch extrem selten! Karina! Nur mal so gesagt, ich bin bei euch nicht Mandalaadin! lachen klasse gerade kam es ist also bekommst du mit ex-ankei wir haben vier gegen das hat gesagt man kommt wieder auf man verruft durch meine macht von jedem ding sah ein foto von jeder stunde ok gut nacht und wirst du machen was ist und wirst du machen naja klar das ist im job mache auch mit zum schauf haben bis drei ich mich mal bis 66 ich versuche sich durchziehen ich zieh durch ich habe schon freie bude aber ich bin jetzt für mich alleine ich bin schlafen gegangen ich wollte team auf mich mehr brudy gib mal den account da musste meinen kumpel erst mal sehr sehr lange was sehr sehr lange mussten schon extrem lange können jetzt seit anfangs ja ich kann ihn seit mittel 2 18 also deutsch doch vom anfang mit dir das weise doch ich will ja nichts sagen oder so, aber wir haben noch einen Klamm, der ist fahrt und wir haben noch einen Klamm, der ist auch fahrt, ja. Ah, das bin ich wahrscheinlich mein Schwarz, ey. Das Problem ist, ich darf mich nicht umbenennen. Ich bin Lippie-Boy. Ey Junge, du hast Royale Ritterin, streng dich mal an, Brudi. Lola, das größte Sweater-Skill mit der... Ey, hat der Dynamo auf dem Account. Hi, Mami. Ey, jetzt junger Digga, ich bin so scheiße, Alter. Komm, 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 zeig dich. Ich hab mir jetzt sogar Fisch vor deiner Nase, warte. Oh, er hielt sich, Digga, ich seh's. So, ey, Fisch, Digga. Na, Royaler Ritterin? Ist doch nicht mehr so auf dir, ey. Ja. Setz mich jetzt mal hin und ruh mich aus. Hä, warum hast du einen Check geschrieben? Easy, 13 Kills, was ist das? Äh, ich hab mir nur ein Gold plus zwei letzten Läufe genutzt. Super als ein Boi, Digga. Ey, komm, Digga. Ey, 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 ey. Mach auf das Ding, Digga. Mach auf, mach auf, komm. So und so. Ich kann, ich muss kurz noch mal verlassen. Was, jetzt noch eine andere Kombo, oder was? Boah, ich kann diese Kombo nicht spielen. Was spielst du? Guck mal, ob er Dynamo hat. Er hat der Zuckerhacke. Er hat der Zuckerhacke. Nein, hat er nicht. Ja, okay, dann wär's fast, ist der Account, Digga. Das Axt-Kalibur-Gleichstift. Sehr gezahm. Viel Gleichstift. Ja, Digga, was soll ich machen? Ich bin so scheiße, Digga. Ich muss erst mal, ich muss erst mal wissen, welche Kombo am Geist kommt, oder am besten. Ja. Mit einem anderen Kumpel von Indonisanz. Ey, Fabio, mach, äh, kann man auch, kann ich auch, äh, auf meinem Kanal auch mit deinem Account, äh, streamen? Äh, glauben nicht. Okay. Ich hab Bock auf deinen Account zu zocken, der ist anders krank, Digga. Oder ich geh nachher nochmal hier, äh, kurz vorm Stream geh ich nochmal, Dingsda. Stream ich nochmal. Ja, dann würde ich jetzt auf deinen, auf deinen, du spielst die Lieder gerne, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Digga. Ja, das ist mein Liebling, das ist mein absoluter Lieblingskind, Digga, ich schwör, ich fick dich. Wenn ich dich sehe, ich fick dich. Der lacht, der lacht, der lacht, ich hör's, Digga. Ich hasse dich, du lacht. Ich geh jetzt auf deinen Account, Digga. Ist okay? Immer noch. Ja, aber bleibst du dann auch noch dabei? Äh, vielleicht. Was ist der immer noch, Digga? Da muss doch dein Handy auch nochmal laden, Digga. Was ist mit deinem Aim, Fabio, Digga? Ich wollte hier noch die Krabbel, die Tim hat aber nicht geklappt. Ja, guck, der wollte noch Zahnseide flexen, Digga. Wieso soll ich mit Zahnseide flexen? Zahnseide war immer Zahnseide, wenn's okay ist. Hat er den auf erste Seite? Nee, er hat den nicht auf der erste Seite, er hat auf der zwölfte Seite. Zahnseide. Ja. Ja, okay, dann verstehe ich ihn, dass er auch hier ist. Das ist völliger OG. Weil die Fake-OGs, die wollen noch mit Zahnseide flexen, Digga. Haben die noch auf erster Seite, so wie ein Freund von mir. Scheiße, Digga. Wolltest du zahnwähle tanzen? Wollte ich irgendwie gerade, aber... Mach aber, du musst auf Seite 12 gehen und dann musst du immer den Mord auswählen. Einfach, du musst den mal tanzen. Hast du gerade getanzt? Ja. Okay, jetzt. Du bist du einfach auf. Ich schwöre, ich halte mir vorher nicht raus. 108. 100 Amts, Digga. Ja. Nein, nein. Nein, 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 Digga. Du bleibst hier drin, Digga. Du bleibst hier drin, Digga. Komm, Herr, Digga. Nein, 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 nein. Ich bin so lost. Ich weiß, dass du lost bist. Ah, wenn du immer nur Party-Royal spielst, Digga, nein, Spaß. Jetzt, ein Lieblingsmodus ist an dem so. Haben, ich so, wann es mein Lieblingsmodus ist. Ich weiß. sich hat pick den zwar dapd weg der sexy schräg lager so los bist du los hast lieber auf deine einstellung da drin ja erstens ich habe meine einstellungen und dann zweitens ich bin auch sobald irgendwie leichten oder sonst etwas und auch das größte wort wahrscheinlich ja du machst das ein bisschen schock oder wenn du müde bist ich stelle mir morgens gab es sicher ich bin nur scheiße mit so einem basic controller der gast das nun kommt auch herr digger läuft nur von mir weg er hat mich in anscheinend die mission war da nicht letztens erst im shop wir tanzen ist ein vorderer gestürzt was er vorhanden abgestürzt allerdings da du hast du hast ja wirklich ja oder sowas weil es machen das muss man ja haben kann ich mal zahnweide tanzen tanzen was machst du digga ich gehe die ganze zeit auf zahnweide am anfang dann gehe ich jetzt nur unten auf pfeiftaste noch mal auf pfeiftaste nee ich muss ja erstmal wieder auf die eine seite auf der erste seite wieder sagen oh predictor digga der war so lecker der war einfach so lecker juck mich jetzt hä aber Andi warte ich guck jetzt mal warte äh killer gg fortnite wie lange zockt denn dieser dude digga ich bin auch nochmal auf den account ja Fabio wenn du körstest wird du doch talking wenn ich���se und kontern würde ich durche er darfst du nicht doch nur bis zwei häckig häckig oder was ich habe durch die wand geschossen Oh, du Pizzer, Digger. Du Pizzer. Wie, oh, jibber. Ich kann nur mit dir aus, Digger. Oh, Digger, hier sind die Schlechstelle. Es ist jetzt hier, der ich mal einen Anzeige schraubt. Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. 105 HP. Yes! Du hast es! Fabio, du hast es! Ich bin tropfenschlecht. Ne, ich meine, du hast Zahnseite geschafft. Das ist so schlecht, guck mich an, Digger. Sie eine spielt ein bisschen, aber... Nein, das ist in deinem Kopf falsch. Digger, dieses Sprichwort ist so alt. Brrrr. 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 Oh, no. Two is my left. They're coming in. Begum. No way. And a man I've got... Wer hackt der, Junge? Hackt me, you hack him. Vorne zählen. Ich spiele jetzt Season 1, aber tanze und lasse tänze, Digger. Nö. Ja, hast du irgendeinen Beweis, dass du unser Season 1 spielst? Kuchen-Vision ist so leise, Digger. Den Hänge-Kleiter. Aus Season 1. Du hast eine Hänge-Kleiter aus Season 1. Ist das bei dir falsch? Ich habe nicht das gleiche getaubt, obwohl ich geknäckte. Welcher war das? Was? Welcher war das? Ich habe ihn nur getaubt, aber ich habe ihn schon nicht getaubt. Ah, ja, Digger, dann hast du das nicht getaubt, Digger. Ich bin so schlecht. Du kannst mir nicht erzählen, dass du seit Season 1 spielst. Ich könnte jetzt auch sagen, ich habe Recon seit Season 1, aber ich bin ehrlich, ich habe mir geholt, weil ich im Job kam. Ich bin nicht so einer. Junge, Digger, nur ein Ei in der Hand. Ich hasse dich, du kleiner Fettzack, Digger. Mach dich ab, Digger. Ich schwöre, ich sperre dich aus. Ich sperre dich aus, Digger. Komm. Ey, du darfst? Bam, bam. Bam. Boom, schakalaka. Boom, schakalaka. Ich bin eine halbnackte Kachbar, Digger. Digger, bei mir ist einer on stream. Marien, falls du on stream bist, schreib mir mal bitte auf WhatsApp. Ehrenfrau. Ich check nicht, warum ich die meisten Punkte habe. Ja, Digger, weil wir alles scheiße sind. Du musst verstehen. Guck mich an, Digger. Ich schaffe keine Reine, Digger. Ich schaffe keine Reine. Huch. Ich schien da Pest. Was, du hast die Pest? Ich schien da Pest. Fabio. Hast du die Pest? Alter, darüber macht man sie nicht. Lustig. Hast du die Pest? auch ich weiß ja irgendwas kaputt digga you play 2 db ich spiel seit 20 runden er kommt drei runden rein und rasiert ich habe mir so ein ding bin ich scheiße oder so gibt mir den account von der ich kann es nicht mehr sehen in dieser wendung hier war neun der gar nicht von neuen und so behindert ich habe nicht gekauft ich hab was ich war neun fucking neun war du hast richtig gemacht du hast zehn und hast ja was gekauft ich hasse euch digga die stream snipen kann ich das nicht einspielen kann ich das nicht einspielen kannst du mir nicht erzählen seit welcher season hast du battle pass seit welcher season hast du den battle pass hast du den battle pass du hast zwei den battle pass keine ahnung du hattest diesen zwei den battle pass kommt wieder der bruder ein spieler so steht seit sie macht so ein bisschen mit spitzer reflexen die battle pass ist das vorg 태ugium dank seit vier 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 Er lacht, dann tanz mal bitte Loser, Fabio. Mach Loser wieder auf die Seite. Digga, das ist, wie viele Seiten hat er mit Tänzen voll? Give me, give me, give me the man of the member, give me the account, then I fröhlich. Oh, Junge, er ist so schlecht, Junge, der hat irgendwas an. Geh kurz raus, ich muss ein Skin wechseln, warum spiel ich bei einer Skin, Digga, das ist schwul. Bisschen Mucke im Stream. Hä, ich hab einen Zuschauer, Digga, wer, 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 schreib. Ne, ich krieg nur Epic Games, das hab ich Epic Games. Anleitung zur Zurücksetzung des Passworts. Ah ja, Digga, muss ich mal kurz durchlesen. So, Anleitung zur Zurücksetzung des Passworts. Hallo, Passwort zurücksetzen, hallo, hallo. Ja, ich muss jetzt was mit Epic Games klären, Digga, was ist das? Ich will mein Passwort zurücksetzen, neues Passwort. So, Passwort. So, Passwort. So, Passwort. Ich bin mal Klavier, Digga, durchzuspäte. Ach, vor fünf Tagen habe ich das bekommen, ich bin so los. Ich bin so los. Ey, habt ihr Bock aufs Quad oder so? Nee, grad nicht so. Ach, ich will oft einmal kauen, Fabio, Digga. Wie lange zockt Andi jetzt schon drauf? Seit, glaub, fünf oder sechs. Stunden? Nein. Oha! Ich glaub, das ist schon seit sechs oder acht. What the fuck, Digga, zockt sechs Stunden oder so. Muss er nicht irgendwann auf? Ja, er muss um zwei auf. Kann ja noch lange warten, Digga. Eine Stunde noch. Ah, ne, 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 ich bin nicht rein. Nein. Bitte nicht, bitte nicht, Epic. Bitte nicht, Epic. Epic, Epic. Epic, nein. Epic, nein. Epic, nein, Epic, nein. Epic, danke. So, ich spiel jetzt mal einen richtig seltenen Scan, Digga. So kacken, ich hab aber keinen Bock zu gehen. Willst du nicht spielen? Nein. Lass noch ein bisschen creative. Ich hab keinen Bock. Wollte den mal an, dann krieg ich echt. Ich hab aber nicht geklappt. Jetzt bin ich wieder drin. Mit einer der seltensten Skins. Das, glaub ich, Top 10 der seltensten Skins mit. Ich war das so selten, Alter. Ich hab den, ich hab den Top 10 und selten. Ich hab den Top 10. Ich hab den Top 10. Ja, den Harbock oder wie der heißt der, ja. Der ist auch, der ist auch geil. Der muss ich zugeben. Ja. Warte, ich komm wieder rein. Warte, ich komm wieder rein. Hast du nicht geschlafen? Nee, ich nicht. Jetzt muss er zugucken, oder? Ah, er hat verlassen, Digga. Ja, guck, guck der dir zu? Du? 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 Digga, warum. Mein Controller hängt, Digga, was das? Ich schwör, ich kann die A2, äh, Zwei-Taste rausnehmen, Digga, was das? Jo, sag mal so schnell, find' das doch nicht, Papa. Sie sind Tier-Spieler, wenn ich mich und ihr 느낌 ab, mach mal langsam. Ja, das ist das, das ist halt Pyramide. dann kann man nicht so richtig zu sagen machen macht man nicht würdiger 20er ping was für ein scheiß china beigetreten lassen waffen weg tun können wir können dir hier drei fische drei fische frisst du frisst die du frisst die wenn du dich nicht frisst digga ich lösche als freund muss ich dich leider als freund löschen der zuhause jrg ach ich hätte das sehen ist copyright im holkens tanziger und so beobacht habe aber nicht hat der marco kleider ja mit der arie kleider ja marcus dann die kleider also aber ich wäre ehrlich ich hätte nur die schneeflock aus den zwei gestehen hätte ich noch die akku und ich halte dieser seien zwei aber ich habe mir halt nichts gekauft und bis ich sieben sechs das erste mal auf lander ich habe mich so gefreut wie so ein kleines haben baby ich wollte tun als ob die afk wäre ja ja er verlass gruppe glaube ich ich habe mich so ein kleiner mann digga kleiner pimpelwerfer digga komm her what the fuck digga sorry 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 ich wollte tanzen digga warum lach ich so behindert das ist der beste pc spieler der welt digga ist ein freund von mir der ich schwöre digga was er auf maustastatur erkannte das können wir in 20 jahren nicht der ist unserer insel beigetreten wir werden so gefickt digga ich schwöre wir werden so gefickt digga der renegade oder sowas keine ahnung ey und wann kommt er so mit arryl rein glaub ich nicht und wenn man hat sich fertig slow wechsel zu beobachten guckt ihr dir zu? ja okay digga nein bitte nicht nein oh mein gott ich bin so dumm ich hätte fast getanzt digga aber ich hab den falschen tanz ey ich muss den copyright dance weg machen auf der ersten seite digga slow he fickt uns slow he fickt uns slow he der slow he nein 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 wala der fickt uns wala der fickt uns wir können gegen ihn 80 mal team digga er fickt uns ich weiß guck ihn an digga er fickt uns what the fuck was hat der für edis ey slow we hör mal auf uns zu töten komm mal her komm mal her komm mal her komm mit ey adde mal ne wand adde mal ne wand adde mal was an der wand guck er wird so richtig so richtig so richtig schnell digga hey du flex und deine Elbe zerrede doch du bist 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 du mit du bist du bist du bist du mit du bist du mit sec spielers anders kraft slow wie ich kenn dich digga du warst wie bei mir in der sauberrunde du hast mich gefickt ja irre das ist galaxy youtube schild kurz schild kurz ich muss gleich was machen mit ihm ich muss ganz kurz mit ihm machen ja also der ist dann mal weg gleich hoffe ich würde auch glaube ich sein schild kurz so ne flage ist dann ja guck mal im stream was so ne ne ich sag's nicht heute kurz ich muss kurz das machen so erst mal melden ich schaue also jetzt nicht ein vorteil sondern scheurer ich bin nicht krass das habe ich dann ja hier mein slogan bam schilds ich muss dann kurz so so jetzt geht's weiter melden erstmal und jetzt verpiss dich von meinem account hau rein warum sollte ich Angst haben vor dir ne 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 Ich guck mal, mein Stream, Fabio. Ich möchte das aber nicht. Nein, machen wir nicht. Floyd hört mal nicht die Elite-Agentin. Komm, was dein Chat schreibt, Digga. Melde den mal, Fabio. Melde den mal alle, bitte. Wem? Na, das Ding ist ja... Galaxy-YouTube, Digga. Siehst du, was er schreibt, Digga? Was finde ich so schlau, Digga? Was willst du jetzt? Korsentscheid schreibt, Digga. Melde den mal, Fabio. Dankeschön. Ich könnte mir vorstellen, wer das ist. Meldest du den, Fabio? Okay. Ehre. Warte, ich spann den kurz vor meinem Account. Erst mal, das machen wir. Mach' ich mal, du. Mach's so. Äh. Und blockieren. Schönen Tag noch, du, Cat-Dag. Ich bin so schlau, Digga. Ich bin so schlau, Digga. Schnell die Sohne, Digga. Mach dich ab. Lass mich in Ruhe. I have dropping my weapons. I have dropping my weapons. I have dropping my weapons. We have all dropping your arms. No, you don't kill you. You don't kill you. Yes, heal you. Wala, ich bin Englisch-Profi, Capper. Waaah! Und was ist jetzt hier der bestes La- Was ist jetzt hier der beste Spot, Digga? Gute Glück, Leute! Hä? Hä, was ist das denn? Wollah, ich bin da raus. Ja, beim Bauen. Ich habe keine Weapons. Ach, der will nur den Wind Digger. Ich höre irgendwas. Das war auch Broken Heart Galaxy für 300 Sekunden Blockierer gelöscht. Lass mal kurz rausgehen. Was für 5 Minuten? 300 Sekunden sind 5 Minuten. Ich weiß, dann war ich nicht genauer, wenn er was im Chat schreibt. Dann sind es, keine Ahnung, nur 80 Tage oder so. Du bist ja Mod auf meinem Kanal, ja? Du hast den Schlüssel. Schlüssel. Habe ich dir vorhin gegeben, Brudi. Hier. Dann kannst du es ja auch welche bannen. Kannst du es in meinen Chat gehen und irgendwelche bannen. Hör einfach so, es ist langweilig. Ja, aber nur wenn die so Scheiße reinschreibt. Stellt euch vor, ich komme so in den Stream und bannen einfach jeder. Wohl keiner was gemacht hat. Ich hasse dich. Warte, ich komme gleich wieder. Ja, okay. Se Forenkel, Fужige孬me. Ich will nur Topür. Ich habe keine Ahnung... Musik Mach mal bitte die Logos öffentlich Ähm, ist es der YouTuber? Nee Oder? Andi Ach, ich höre auch auf dein Account Alle drei möchten Andi ist schon Was ist da? Andi ist schon Carlos, du darfst dann von 2 bis Nee, greif ich die Uhr still Also bis kurz sind's um 10 Und Loni kann dann auch um Von um Von um Von Wie von um 12 bis um 3 Hm? Wie von um 12 bis um 3 Wie von um 12 bis um 3 Meinst du von früh ist Und du darfst Und du darfst Von früh ist Um 2 bis 6 Oder bis 10 spielen Ja, ich zock durch auf jeden Fall Mhm Und Loni spielt dann Von 12 bis 15 So ungefähr Und dann zockst du? Mhm Aber Daniela, ich lass dann heute keiner mehr auf mein Account Alles easy Ja Also darf ich Ich bin 12 bis 15 Oder wie Ja Also ist ok Vielleicht Ja Aber dafür hast du auch Am wenigsten Ja Mal noch Raum drauf zu spielen Mhm Weil Aber drei Stunden sind auch schon viel Komm Ja Ja Wenn man so denkt Das sind drei Stunden, Digga Ich stream seit 106 Minuten, Digga Ich bin hobbylos Ja Was mein höchster Rekord mit dem Streamen war waren 4 Stunden Ja Ja Ich schimmerte 2 Fast Ist ja erst 1 Uhr Ist ja erst 1 Uhr Ja Ich möchte auch Füße auf mein Nachende Und dann stehe Du kannst ihn An 206 Ändern Und das ist ja der 206 Da Ich habe die Benutzer Ich glaube das ist zu Mittag Ich glaube das ist zu Mittag Ich kann mich immer unbedingt Ich will eigentlich Keine Ahnung Ja Ich heiße jetzt QT Punkt 2 Äh Ja Ach das muss ich noch unten in den Titel schreiben Tsch 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 Ich habe QT 2 auch Bocken Ich weiß Weil hättest du das 2T und das bringt mich dort Ich glaube ich war es viel geiler Ich versuch's um zu ändern Bitte ich Brudi Müsst du nicht Kannst du aber mal machen Warte ich muss Profil bearbeiten QT 2 auch Bocken Ich kann da nicht drauf gehen Da steht irgendwas Keine Ahnung Was ist meine Website Digga? What? Was ist meine Website? Blau 2 auch liebe Zuschauer 2 auch liebe Zuschauer Wie viele? 6.000 Ok Kann's Fabio fragen Scheiße Digga ich krieg fetten Copyright Strike Und wie heißt du? QT QT Also kleines QT Warte Punkt 2 8 B R O K E N Also QT Der hat mich nachauswendig gelernt Ich schwör Digga Grüße Ehre man QT Punkt 2 8 B R O K E N Ja 2 8 und dann B R O K E N Broken B R O K E N Du hast 5.677 oder? Ja das sind Das sind Das sind aufgerundet 6.000 Ja das bin ich Ich hab so einen Loser als Profil Ja ich hab Ich hab jetzt voll Ehre Warte ich schaut TikTok neu It's Fortnite Girl heißt du oder? Ja Ja Google will Bild wieder Hm Dann steht irgendwie auf der Rente mit 2.0 drauf Nichts feiner Nichts feiner mit kleinen Knirts Nichts feiner mit kleinen Knirts Nichts feiner mit kleinen Knirts Ich mag Z-Max Digga Ey, sie ist gegen Zemex, Digga Ey Das geht gar nicht Die mag kein Zemex, Digga Ja Boah, ich schwör, ich mag Zemex Also, was heißt ich mag? Ich guck seine Videos halt irgendwie gerne Weil sie Unterhaltung irgendwie, ich feier die irgendwie Ich will mir irgendwie was kaufen Aber ich mach's nicht Ich schwör auf den neuen Kennt ihr das? Man möchte irgendein App was aus den Zemex auf kaufen Hä, wie? Hä, wie macht's so? Ja, man hat, wenn man Weewachs hat, wird's so Komm, du Scheiße Keine Ahnung Das kenn ich Und man möchte irgendwas kaufen, wenn man keine Weewachs hat Ja, kenn ich Ja Hast du Weewachs? Ja Wie viele Weewachs hast du? Wie viele Weewachs hast du? 4700 Krasser Gangster Krasser Gangster Krassers Gangster Girl Ich hab's ja mit Gangster Girl Das bist du jetzt, Kleiner Was? Du hast doch jetzt auch mit Weewachs, oder? Ja Also ich hab, äh, also die anderen sind halt von meinem Vater und von mir aus Ja Schade, ich feier den Film in Logan and Shadows So lange Diesen, ja ich auch Äh, Fabio, guck mal, ich muss dir mal was zeigen kurz Ja, du hast ihn jetzt auch Easy Ich hab auf der rechten Seite halt alles als du fast aus er wird Ich hab mir den Skin aber nur wegen dem Flügeln geholt Ich weiß, ich bin behindert Äh, äh Fabio Du hast ja, glaub ich Hast du's gedacht, Fanny als Freund? Mhm Ja, ähm Was mit der Pickel lustiger? Ja, ich hab auf jeden Fall gespielt und da ist halt noch so ein anderer reingekommen Und dann hab ich diesen einen Tanz gekauft Und dann hab ich diesen einen Tanz gekauft zum Flatter Ja Und Ähm Ja, und er so Ach du ist heiß Das hat richtig Ja, nur weil ich den getanzt hab, ey Also hat sich der Fanny gesagt, der war der Freund von dem Ja Am nächstes Mal komm ich rein für die ganze Zeit, wenn ich den Filetekt halt fand Ja Ich hab ihn halt nicht als Freund, deswegen Ich hab ihn halt nicht als Freund, deswegen Ich hab ihn halt nicht als Freund Ich hab ihn halt nicht als Freund Ja Ich hab ihn halt nicht als Freund Ja Wo ist der kacke Mordiger Oh Ich hasse es Ach der ist bei E irgendwo ganz vorne E L L H E Wo ist E Hier Äh Was Hier ich bin so behindert den habe ich geschenkt bekommen den habe ich auch geschenkt bekommen jedes mädchen hat die tänze netten du hast auch diesen im ort den hier und wenn du hast den hier elektro schaffe in den europäischen hat er hat sie auch für jedes mädchen ganz solche mords wo klitzer dabei ist guck dir diesen mord an der ist so schwul digga nochmal hab ich mir sowas geholt digga ich ach komm lass es alter sie kauft sowas nie digga was das kenn ich gar nicht was das alter pinkel der mini fress oder was das klingt aufs maul wer den kann den hier ja 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 rosa ja ja die jesse da ja 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 Das macht Das macht Party Royale Ich bitte, das ist 15 Das ist der schwulste Skin Ich hasse diese Dame, Digga Das ist der größte Schwulste Skin Können Anni kann ich Party Royale machen Das heißt Ja oder nein? Nein Das heißt nein Digga, ich schwöre der Ben, Digga, wieder da rausguckt Also der, dieser, ähm, ja, keine Ahnung, der es heißt, dieser Helm, der es kommt noch zu Ich weiß, Digga Schwarze Ritter ist basic Skin Lass den, das ist schwarze Ritter, ähm, den Schild nehmen Nimm Royale Ritterin mit Nein, 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 warte Ich komm so rein Warte, ich komm erst mal Warte, ich komm erst mal Naus geht mit schwarzem Ritterschild, Digga, alle sind weg Ich komm erst mal So rein Und dann Dann kommt jeder, Digga, ich schwöre es Und dann mach ich das Gebrochene her Andi kann ich bitte Party Royale machen Wenn du Party Royale drauf machst, dann magst du Fabio Ich mach es einfach, ist egal ob der Stream gewandt wird, ich will einfach meine Musik holen YouTube, wenn ihr es nicht, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann band den Stream Halt weg Sind überhaupt welche, waren die drin? Ne, gerade nicht, aber ich hab 48 Kommentare, also es waren welche drin auf jeden Fall Ich bin so klar, der immer noch ein Band bleibt Ja Und warte Ich könnte sogar mal bei dir vorbeigucken Irre Hast du Maxi Fire Dings und Star Nein Ich hab äh 28 2,8 Leerzeichenbrocken halt Ja, also Ja, also Ja, also Ja, aber bei mir steht, dass du kein Video was geladen hast Ne, ich streame auch gerade Du musst auf meinen Kanal, wo ne 28 da steht Ja, 28 Klappen Nein, 28 Leerzeichen Also, freilassen Ich will Ich sehe Und die RUK ein Und die RUK CN Ai hier noch ein underscore Er ne, ich hab zu keiner Pickbone Cluliner Auf'n Rücksicht von deiner Wenn du mich töten willst, dann voll hilf dich echt Und umundreißig rum für mein kopp, wenn echt respektlos Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Warum hat Fabio verlassen? Fabio? Hä? Fabio hat verlassen. Ist bei ihm bloß auf Vordeln abgestürzt. Weiß nicht. Ja, Vordeln abgestürzt, ja, ganz klar. Oh. Oh. Oh, ich bin so gut. Ich ähre die Aura, Digga. Ich schwör, ich hab jetzt schon Beziehung angefangen, Digga. Geil, Digga. Warte, geil, geil, geil. Eine Aura anfangen in Suche fügt. Noch ein Aura. Also, warum willst du dich nicht anfangen? Du kennst mich nach. Und so, also warum muss man gar nicht kennen Faktik? Man kann sich kennenlernen. Erstmal ein Freund. Erstmal ein Freund. Das ist so wieder so. Schön. Ich schwör, ich schwör. Fabio. Du musst mal hier als Schnauzern holen und ja, so wie du's machen wolltest halt. Es ging nicht, ich weiß einfach nicht wo du bist. Bist du überhaupt im Rennen? Fabel, bist du vor mir? Ich bin eine Flussbrüste. Mach mal kurz Textil. Fabel, mach mal kurz Textil oder irgendeinen anderen Tanz. Bist du das hinter mir? Guck mal, der hier hat auch Textil vor mir. Ani, wo bist du, Benny? Genau neben dir. Und genau vor, ich mach gerade los auf dich. Was ist das Bist? Bist du? 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 Ich flirt hier mit der Aura, Digga. Lass uns rasen im Bett, ohne Fragen zu stellen, und das ist cool. Das ist cool. Ich geh mal zu denen hin. Ja. Oh, das ist ein Playboy, nur weil du Gold hast, Mann, meine Rolle, ich kann nicht so besonders, Likes und Feint, nur auf Wienster bist du reich, Crew Steing und ich cruise weiter, echt ab zu kleiner Pitbull, Blue Liner. Das liegt doch nicht so nordisch genug, also keine Ahnung. Ich habe schon mal 35 Stunden für mein Kopf, wenn echt respektlos. Lass uns rasen im Bett, ohne frei, denn wo's was cool? Oh! 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 Oh, wie kann das denn sein? Oh, wie kann das denn sein? Hi, 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 hi! Ja, wie ist das denn? Wow, wie ist das denn? Ich bin ja... Du kannst vor mir nicht flexen, Digga. Was willst du eigentlich von mir, Digga? Er kommt mit Iconic an, Digga. Lachen die alle aus, Digga. Tanz einfach zu meinem Loser. Nee. Ich bin traurig. Ich war jetzt hier auf dem Date, Digga. Adi, Gelder, Astrosen. Adi, Gelder, Gelder. Na, andere. So, ich warte hier auf mein erstes Date. Wie Iconic jetzt ankommen will, Digga. Und wo ist deine Frau? ein black night spaß in der jogginghose und manchmal reden wir kein wort doch ich weiß dass du mich hier ich nenn sie das ist die 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 ich bin immer für dich da deine liebe die nicht der der mag ein krimox Ich 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 2 Millionen Abonnenten 2 Millionen Abonnenten Alter, ich bin hier leer Uwaa, nein, das ist groß Alter, ich bin hier Ich soll nicht anfangen Noch nie lief etwas echt perfekt Was ich sage, kommt von Max und nicht von ein Kreimex Im Kinderzimmer hat alles begonnen Nur mit ner Cam, mit Talent und einer Chance 4 Jahre ohne Erfolg Doch wollte ich aufgeben, ging durch ewige Tiefen Alles für meinen Traum leben Mein ganzes Geld ins Equipment gesteckt Ins Business gesteckt, trotzdem lief sie richtig perfekt Yeah, irgendwann erschien der 5. Teil vom GTA Das erste Mal, dass etwas sich durch diesen Nebel brach Ich war jeden Tag am Rennen an am Machen Durch diese Arbeit sind die Abonnenten gewachsen Yeah, und weil ich jedem von euch danken will Besondere Grüße an dich Mein Bruderstandardskills sind schon viel Videos schneiden und drehen Ihr standet immer hinter mir, ging nie alleine mein Weg Wir sind heute 2 Millionen Yeah, es geht von unten nach oben Yeah, ich bin dankbar Und zwar für jeden von euch Denn ihr habt immer gewusst, dieser Hünge legt sich ins Zeug Wir sind heute 2 Millionen Yeah, es geht von unten nach oben Yeah, ich bin dankbar Und zwar für jeden von euch Wir haben gesagt, ich kann entscheiden, wie mein Leben verläuft Yo, was soll ich sagen, man, ich könne es nicht machen Du hast so lange gekämpft und bist mit deinen Können geschafft Ja, wir haben schon eine super schwierigen Aufgaben Wart mir einer von mir, die wird schwierig mit Aufgaben Wie wurde ich in die Wiebe Du leckst all der Arbeit, war deine Familie priorisiert Für die Werke Legst du die Schmerzen her beiseite Rolex links Katja rechts doch im Herzen noch dergleiche Danke Bro, ihr alle habt mein Rücken gedeckt Danke Mama, Danke Papa, durch den Schiss ist perfekt Yeah, ihr werdet für immer zu meinen Helden zählen Wir sind vorbei, ihr sagt, das tut so ein Geldproblem Mein Leben ist vom Schicksal gepflegt Nicht mein Kopf, sondern mein Herz hinter den richtigen Weg Yeah, ich wusste alle Zwei Millionen Abonnenten, so viel ist passiert Es gibt so viel zu sagen Aber wisst ihr was, Leute? Hört einfach zu Wie soll ich anfangen, noch nie ließ etwas echt perfekt Was ich sage, kommt von Max und nicht von iCrymex Im Kinderzimmer hat alles begonnen Ein Junge mit ner Cam, mit Talent und einer Chance Vier Jahre ohne Erfolg, doch wollte ich ausgeben Geht durch ewige Tiefen, alles für mein Traum leben Mein ganzes Geld ins Equipment gesteckt Ins Business gesteckt, trotzdem lief's nie richtig perfekt Yeah, irgendwann erschien der fünfte Teil vom GTA Das erste Mal, dass etwas nicht durch diesen Nebel brach Ich war jeden Tag am Rennen an am Machen Durch diese Arbeit sind die Abonnenten gewachsen Yeah, und weil ich jedem von euch danken will Besondere Grüße an dich, mein Bruder stand auf Skills Zehn Stunden Schule, Videos schneiden und drehen Ihr standet immer hinter mir, ging nie alleine mein Weg Wir sind heute 2 Millionen Ja, es ging von unten nach oben Ja Ich bin dankbar, und zwar für jeden von euch Denn ihr habt immer gewusst, dieser Hünge legt sich ins Zeug Wir sind heute 2 Millionen Ja, es ging von unten nach oben Ja, ich bin dankbar, und zwar für jeden von euch Ihr habt gezeigt, ich kann entscheiden, wie mein Leben verläuft Yo, was soll ich sagen, Mann, ich könne es zu Max Du hast so lange gekämpft und es mit deinen Können geschafft Ja, wir hoffen schon alle super schwierig Und Aufgaben, warst du einer von dem Die wird schwierig mit Aufgaben Niemals, wir wurden nix in die Wiege geleckt Trotz all der Arbeit war deine Familie Priorität Für die Vap Ja, und die Schwestern, ja bei Seite Rolex links, Katja rechts, doch im Herzen noch dergleichen Danke Bro, ihr alle habt meinen Rücken gedeckt Danke Mama, danke Papa, durch dich ist es perfekt Yeah, ihr werdet für immer zu meinen Helden zählen Wir sind heute 2 Millionen Ja, ich muss alles für das große Ding riskieren Habs geschafft, heute stehen 2 Millionen hinter mir Wir sind heute 2 Millionen Ja, es ging von unten nach oben Ja, ich bin dankbar, und zwar für jeden von euch Denn ihr habt immer gewusst, dieser Hürg mir legt sich ins Zeug Wir sind heute 2 Millionen Ja, es ging von unten nach oben Ja, ich bin dankbar, und zwar für jeden von euch Ihr habt gezeigt, ich kann entscheiden, wie mein Leben verläuft Ja, sechs Jahre YouTube, Leute Danke auch an meine ganzen Pros, die schafften meinen Weg Zwei Millionen Abonnenten, so viel ist passiert Es gibt so viel zu sagen, aber wisst ihr was, Leute? Hört einfach zu Wie soll ich anfangen? Noch nie lief etwas echt perfekt Was ich sage, kommt von Max und nicht von iCrime X Im Kinderzimmer hat alles begonnen Ein Junge mit ner Cam, mit Talent und einer Chance Vier Jahre ohne Erfolg, doch wollte ich aufgeben Ging durch ewige Tiefen, alles für mein Traum leben Mein ganzes Geld ins Equipment gesteckt, ins Business gesteckt Trotzdem lief sie richtig perfekt, yeah Irgendwann erschien der fünfte Teil vom GTA Das erste Mal, dass etwas sich durch diesen Nebel brach Ich war jeden Tag am Rändern am Machen Durch diese Arbeit sind die Abonnenten gewachsen, yeah Und weil ich jedem von euch danken will Besondere Grüße an dich, mein Bruder Standard Skills Zehn Stunden Schule, Videos schneiden und drehen Ihr standet immer hinter mir, ging nie alleine mein Weg Wir sind heute zwei Millionen, yeah Es ging von unten nach oben, yeah Ich bin dankbar und zwar für jeden von euch Dir wurde nichts in die Wiegen gelegt Trotz all der Arbeit war deine Familie Priorität Für die Vap, legst du die Schmerzen gern beiseite Rolex links, kann dir rechts, doch im Herzen noch dergleichen Danke Bro, ihr alle habt mein Rücken gedeckt Danke Mama, danke Papa, durch dich ist es perfekt, yeah Ihr werdet für immer zu meinen Helden zählen Sorgen sind vorbei, sagt der Tür zu euren Geldproblem Mein Leben ist vom Schicksal geprägt Nicht mein Kopf, sondern mein Herz will für den richtigen Weg, yeah Ich musste alles für das große Ding riskieren Hab's geschafft, heute stehen zwei Millionen hinter mir Wir sind heute zwei Millionen, yeah Es ging von unten nach oben, yeah Ich bin dankbar und zwar für jeden von euch Denn ihr habt immer gewusst, dieser Höchner legt sich ins Zeug Wir sind heute zwei Millionen, yeah Es ging von unten nach oben, yeah Ich bin dankbar und zwar für jeden von euch Ihr habt gesagt, ich kann entscheiden, wie mein Leben verläuft Ja, sechs Jahre, ich wünsche euch Leute Danke auch an meine ganzen Bros, die mich auf meinem Weg unterstützt haben Für The Wild, Servus, Mr. Gamer Bros Vielen, vielen Dank Leute, auch an alle anderen Passt hoffe ich auch und bis dann, auch drei Leute, Weyerkramix Haben wir das auf Uma Zoe? Ich möchte mich helfen, wo der Fall war Ja, ich weiß es nicht,το ich Das будет 좀, genau Ich bin nicht Может, da ist zu uns 2 Millionen Abonnenten, so viel ist passiert. 2 Millionen Abonnenten, so viel ist es. 3 Millionen Abonnenten, so viel ist es. 3 Millionen Abonnenten, so viel ist es. 3 Millionen Abonnenten, so viel ist es. 4 Millionen Abonnenten, so viel ist es. Untertitelung. BR 2018 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 Nein, leider nicht. Wie geht's? Gut. Und dir? Ich bin's Leonie und bin TV-Süchtig. Ha ha ha. Mir geht es gut. Meine Junge. Das hört man gerne. Ach, so magst du Tee-Tee. J-A-A-A-A. Ja. Okay, ha ha ha. Sehr lustig. Ich habe ein 100 Millionen Millionen. A-I-A. A-I-A. Ich habe ein 100 Millionen Euro. Ich habe ein 100 Millionen Euro. Okay, ist es ein Schein. Ich habe eine Rolex. Mir. Ich habe einen Schlafsack. Ich habe einen Schlafsack. Ich esse immer Pommes. Penis. 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 Ha 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 Gangster Frau Lectors Wunde, er muss Ich muss Angst haben Carlos aber nicht lacht Oh kakakakakak Meine Nummer 01752990328 Mario, du bist echt lustig Meine Meine Nummer 01752990328 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 Du hast jetzt meine Nummer Ah ja, Digga Wo ist los? Meine Nummer 01752990328 Meine Nummer 01752990328 Was ist? Apropos 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 War Wie war Apropos Das Elbe Trigger Nutella ohne Butter TikTok ist geil Leute, rüttel nicht in Fabio, du bist nicht cool, Katar! Nutella ohne Butter Nutella ohne Butter All water Without Butter Ei We need to fight it, here it's speedy Du 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 Altar spinnst du ein Bisschen, ja. Hä, wo bist du gelandet, Digga? Das Kleine. Das Kleine. Ich hab Lamborghini-Gitä, Digga. Ich habe ein Trank. Duach. Karls steht in Katar. Du auch Kappa 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 are you dumb stupid or dumb huh bring me like a bring me like a bitch are you dumb Alter der Ben, der macht ne Angst Digga aber der ben macht man top 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 fabio was kacka ist im beet fabio rück dir mal den bänner macht ihr macht dir der augen ich komme her warte nimm das mal auf und jetzt guck mal den bännern fliegt mal da hoch und guck mal den bänner ins gesicht hier dem hier komm her da oben dem guck dir mal ins gesicht fliegt aber auch hallo hier der arzt der da der hier der hier guck dir mal in die fresse fliegt mal guck dir guck dir mal in die fresse weil er da macht mir angst volle biller fabio ist im beet fabio ist im beet boom eier weg eier weg eier weg eier weg eier weg eier weg kappa 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 hab ich gelernt vom papa kappa 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 mach mal kacka kappa kappa mach mal kacka los jetzt los gehen ich sperr dich hinter das gitter du fetterwahl ich sperr dich hinter das gitter du fetterwahl Äh, acht Minuten bis zum Schaumpunkt. Was, du klein, dünn? Kappa, 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 kappa. Das habe ich vom Papa. Kappa, 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 kappa. Das mache ich in der Windel, kappa. Kappa, 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 mache jetzt kacka. Ja. Ja. Kappa, 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 mache jetzt kacka. Kaka. Kaka, 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 mach jetzt kaka. Haha. Was hat der für Flügel, Digga? Heck der, guck mal. Fabio. Nee, jetzt ist weg. Wollt er, der hat Hex? TBD streicheln. Was ist für ein Vieh, Digga? Jetzt guckst du mich an, du Schuchte. Ich spär dich hin. Ey, du zitterer, ich spär dich hin. Das geht halt wie ein fetter Wal. Oh, und so, hört sich falsch an. Äh, was ist in dem Taco drin, Digga? Sind da Bausteine drin, oder was? Habibi, Bruder. Habibi, Bruder? Maschallah. Habibi, Bruder. Habede, Bruder. Habibi, Bruder. Habibi, Bruder. Ja. 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 Das ist gut. Das ist gut. Ja. 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 Spaghetti, Polo, Ninja. Spaghetti? Spaghetti? Spaghetti, ja. Ich bin gleich wieder da. Ich hol mir kurz was zu essen. Aua. Sorry. Du, 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 du Untertitelung des ZDF, 2020 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 auch nie ich möchte so gerne kreis ist das schönste ist noch ganz leichter ja also die Lagen Lerner und die sind gelaufen er hat ja auch Schrott für Schrott Segler Digger Nr wenn sie den Weg kommen haben die Hälfte und meistens nur mit seinem Weg Nein. Warte für ein Backpick. Die Flaggen, die sind ja hässlich. Die Hacke ist geil. Ich finde die Flaggen bei rote Ritteren noch dran verreilt. Bei Black Knight. Du musst ja rechnen damit, dass du musst auf deinem richtigen Account. Ja. Ich würde irgendwie den Siren-Skin. Anders, der Sweater-Skin, Digga. Ich würde den haben. Ich weiß nicht, ob ich mir den holen soll. Ach komm, ich lass drauf. Für mich den nicht. Ja. 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 Bei mir sind immer noch 50 Leute Online-Degger. Was ist das? Ja. 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 Ich verscheide in. Ja. 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 So, wie lange zockt ihr noch? Ich zockt so lange nicht mehr. Hast du Bock durchzumachen? Ja. Ehre. Ehrenfrau, Digga. Das war mein Handy. Okay. Hast du Bock bis um sechs oder durchzuschrieben? Äh, was für streamen, Digga. Äh, durchzuzocken bis um sieben und um acht. Dann geh ich pennen. Wir können auch bis, ja... Wir können auch bis, wir können auch bis, ähm, bis morgen, bis heute Abend. Na? Ich könnte live wieder auf Zuzock, ey. Ich war da fast mit dem Band, weil ich steif war. Ich, ich beende jetzt erstmal den Stream, Digga. 48 Kommentare, neuer Rekord. Ja. Na, übertragen.